Meghan Markle veranstaltete in dieser Woche eine private Vorlesestunde für Kinder, um ihre offiziellen Verpflichtungen bei den Invictus Games abzuschließen. Die Herzogin von Sussex, 42 Jahre alt, las aus dem Buch Rosi Revier, Ingenieur von Andrea Bieti für eine ausgewählten Gruppe, die gebannt auf Sitzsäcken saß. Die Herzogin setzte sich mit den Kindern zusammen und führte eine Fragerunde mit den Kindern durch und stellte Fragen dazu, was sie aus dem beliebten Buch gelernt hatten. Eines der Beispiele, über die sie sprach, war, wenn es nicht funktioniert, dann versuche es erneut. Es war jedoch überraschend, dass die Aktionen der Herzogin nicht geschätzt wurden. Viele Menschen äußerten sich zu dem Vorfall, da es sich um deutsche Kinder handelt, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie kein Wort oder nur sehr wenig verstanden haben, je nach Alter. Kinder sind nicht älter als zwölf Jahre, was dies völlig unecht macht. Warum ein Buch für Kinder lesen, die nicht verstehen, wovon sie sprechen? Um Kinder, diese gekünstelte Art, wie sie liest, ist unangenehm. Was für eine Kampagne, um ihr Image umzukehren. Die Vorlesestunde fand in einem Bereich statt, der für Freunde und Familienangehörige der Teilnehmer reserviert war. Mehrere Eltern nahmen ebenfalls an der Nachmittagssitzung teil. Tatsächlich handelt es sich um einen Ruhebereich für Eltern und Kinder, bevor das Programm beginnt. Meghan organisierte willkürlich ein Überraschungstreffen für sich und störte versehentlich die Ruhezeit den Familien der Wettkämpfer. Dort kroch Meghan in den privaten Gästebereich und stellte einen Stuhl in die Mitte, um ein englisches Buch zu lesen, umgeben von vielen Kameras, die rund 100 BR-Fotos von der Herzogin mit den Kindern aufnahmen. Aber obwohl die Kinder die Sprache größtenteils nicht verstanden, saßen sie gehorsam da und hörten Meghan Markle zu. Die Eltern waren jedoch nicht so ruhig. Sie baten einen Mitarbeiter, Meghan daran zu erinnern, diese BR-Aktion so schnell wie möglich abzuschließen, da sie nicht in den zuvor angekündigten Zeitplan aufgenommen worden war. Die Vorlesestunde fand vor der Abschlusszeremonie statt, an der sie nicht teilnehmen wird, während Prinz Harry eine kurze Ansprache bei der Zeremonie am Samstag halten wird. Meghan strahlte in einem Kriana-Jacket und passenden Hosen, kombiniert mit einem weißen Tanktop und Ohrringen von 630 London. Dies ist nicht das erste Mal, dass Meghan arme Kinder nutzt, um ein positives Bild von sich selbst zu schaffen. Vor zwei Jahren las Meghan auch ein Kinderbuch bei einem Besuch in einer Schule in Harlem mit Prinz Harry und erntete natürlich viel Kritik. Sie nutzte diese armen, unschuldigen Kinder für BR, um sich als Retterin und Gott ähnlich darzustellen, als ob das Leben der Kinder von ihr abhänge. Harlem ist wirklich eine einkommensschwache Gegend, die Jobs sind schlecht bezahlt, und jeder lebt von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Aber natürlich sah Meghan das als die perfekte Gelegenheit, um einen 7.500 Dollar Rot-Velvet-Anzug zur Schau zu stellen. Sie präsentierte ihr Buch, das von einem reichen Kind handelte, das in einem Luxusgarten mit seinem Vater lebt. Diese Kinder haben keine Väter, und sie sind auf Schulen angewiesen, um ihnen Mahlzeiten zu geben. Wie selbstsüchtig! Sie hatte die Dreistigkeit, tausende von Dollars teure Kleidung zu tragen, und präsentierte ein luxuriöses Leben vor Menschen, die sich nur wünschen könnten, diesen Luxus zu haben. Selbst Angelina Jolie, die Millionen pro Tag verdient, trug nur ein Tanktop und Jeans, um Flüchtlingskinder zu unterstützen. Das war's für heute, und das war's für heute, und das war's für heute. Vielen Dank.